Willkommen zurück, meine Freunde. Na, wie hat euch die Höhle gefallen? Ja, wir werden noch mal zu dieser Höhle irgendwann einmal zurückkehren. Aber warte ich jetzt. Weil mir nämlich ein Fuß eingefallen ist. Weil, wieso gehe ich eigentlich so weit weg, wenn eigentlich mein Haus selber schon, also in meinem Haus selber spucht? Wäre irgendwie blöd. Oh Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, es wird böse enden. Es wird sowas von böse enden, wenn ich jetzt mein Haus... Weil ich mir nämlich gerade gedacht habe, irgendwie... Die Idee ist gut mit der Kamera. Aber da werden wir später nochmal hingehen, weil ich glaube persönlich, dass es dann drinnen weitergehen wird. Aber mir ist nämlich auch was eingefallen. Wir hatten ja ziemlich viel Blödsinn gemacht. Also, Blödsinn... Die Seance haben wir gemacht und den Spiegel. Und wir haben jetzt Instrumente, um das aufzuzeichnen. Gott, ich hasse mich dafür. Versteht ihr, was ich meine? Warum sollten wir so weit weg gehen, um was zu erforschen, wenn hier noch was da ist? Also, okay. Halt's Maul, Mr. Thomas. Was? Okay. Fangen wir mal mit dem wahrscheinlich gruseligsten an. Den Spiegel. Den Spiegel. Hi, Spiegel. Oh, jetzt weiß ich... Was war das? Jetzt weiß ich, warum dieses Gerät da nicht mehr diesen Ausschlag macht. Damit man weiß, wo das ist. Okay. Oh Gott, da ist sie wieder. Oh Gott. Hallo. Hey du. Okay. Okay. Badewanne. Okay. Irgendwie, wenn ich das schon so hab... Foto. Okay. Schein und so... Da ist nichts. Okay. Okay, jetzt kommt's noch weiter lustig. Der Sessel. Da, wo die Seance war. Weil, da hat... Da macht er schon absichtlich dieses Zeichen. Seht ihr das? Und ja, es ist was hier, wenn das Teil schon so ausschlägt. Vielleicht ein Foto? Wo geht das mit dem Foto? Oh, da ist... Da ist jemand. Hallo du. Okay. Dann... Wer ist mit dem hier? Geht das? Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Okay, den sollte ich vielleicht immer als erstes einsetzen, weil der immer anzeigt. Hier, da ist was. Ähm... Tonband? Geht das Tonband? Ja, das Tonband geht. Wieso? Ich werde mich schon wieder freuen beim Abhören dieses Gerätes. Das ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Ja, Mr. Denver. Ich hasse dich, Mr. Denver. Kann ich das so... Geht das auch mit der Kamera? Hallo? Hallo? Somebody here? Nobody? Hallo? 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 Alter, was tut du denn da? Okay, mit der Kamera sehe ich nichts. Okay. Jetzt kommt der lustige Part. Lasst es uns anhören, oder? EVP. Aufgenommen beim Stuhl. Aber Cottage. Voilà, was ich schon mal gesehen. Das ist ein Schmerz, oder? Jetzt bin ich nicht passiert. Ich freue mich auf den Kopf und das Beste. Ich bin. Versteht das einer von euch? Ich verstehe das überhaupt nicht. Okay, auf jeden Fall, wir haben da was aufgenommen gehabt. Jetzt auf einmal kann ich das wieder... Okay, das ist nicht ohne Grund so. Das ist nicht richtig. Das ist richtig. Das ist nicht richtig. Okay. Das ist nicht richtig. In das Holz ist eine Windmühle geschnitten. Das konnte man die ganze Zeit nicht nämlich, die Windmühle wieder angucken. Okay, mir fehlt nämlich noch ein Ohr dann. Kommt man da? Ja, das nämlich. Okay. Hallo, Foto. Strahlender Schein. Hallo, Strahlender Schein. Dann, äh... Ist gerett? Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Mhm. Da ist etwas. Ja, okay. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Das heißt, ich habe hier nochmal einen. Ach Gott, ich hasse mich jetzt schon für das. Hm. Hm. Okay, das war ein bisschen nur das Foto, okay. Okay, gehen wir weiter, shall we? Okay, 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 hallo Tisch, wie geht's dir? Dieser Ort scheint sicher genug für meine Beweise zu sein. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Die Fotos habe ich noch nicht gemacht, die kenne ich nicht. Aufgezeichnet Lehnstuhl, aufgezeichnet blockiertes Tor im Auge des Vennlands. Ach, das ist das Gefängnistor, ich kann mich erinnern. Okay. Oh, dafür sind die Fotos, okay. Okay, die Tür, Badewanne, das Fenster, das Sessel, da wo wirklich einer sitzt, hier, da, hallo. Oh, der Gott, das Spiel, der haut mich jedes Mal raus. Okay, ähm, okay. Kamera. Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht, das ist nicht richtig. Ah, nein, nein, warte, 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 kann ich mit der Kamera? Das ist nicht richtig. Gibt das? Nö. Okay. Okay, okay. Okay, die Yoki, 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 Yoki. Kann ich mit der Kamera vielleicht gehen oder so, wenn ich das so habe? Das ist nicht richtig. Warte mal. Äh, die Kamera? Kann ich da vielleicht mit mir gehen oder so? Nö. Okay, ähm, noch andere creepy places in diesem Haus. Hahaha, da gibt es ja so wen, oh, warte, warte, warte. Das konnte ich noch nicht untersuchen. In das Holz ist eine Windmühle geschnitzt. Kann ich ein Foto davon? Das ist nicht richtig. In das Holz ist eine Windmühle geschnitzt. Ach Gott, halt's Maul. Okay. Okay. Gibt es da noch andere, dieser Windmühle irgendwo? Hm, 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 hm. Das einzige Zimmer, was ich jetzt noch nicht untersucht habe, ist hier. Ich vermute mal, dass das der einzige Raum ist, wo kein Geist ist. Das vermute ich jetzt mal. Weil da ist ja nicht wirklich was passiert hier. Okay. 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 Gut, das heißt, ich glaube, ich habe alles hier erledigt. Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hallo? Ich dachte, die Leitung ist tot. Nein, bleib da. Ich will nicht, dass du abhebst. Ich will... Oh, ist das Telefon jetzt hin? Oh Gott, dammit, ich habe mich verklickt. Schau, also. Da... Haha. So. Nicht abheben, Junge. Ich will... Das ist nicht richtig. Sicher ist das richtig, du blöder Heini. Das ist nicht richtig. Ich kann was hören. Die Telefonleitung ist tot. Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Irgendwer spricht da am Telefon, das ist auch sehr lustig. Okay. Okay. Moment. Achso, das ist wieder das... Du, 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 du... Mehr kann ich echt dann machen, glaube ich. Wo ist mein Handbuch? Da, nein. Da ist mein Handbuch. Okay. Irgendein Meer, nein, nein, nein. Orte finden, um die Geisterjagdgeräte auszuprobieren. Okay. Ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich mich wirklich hasse dafür. Wirklich, wirklich hasse dafür. Los geht's. Hippie, gai, jäh. Äh, da. Schauen wir mal, wie's wird. Oh je. Ich hasse mich. Auch, das war meine Uhr. Oh Gott. So, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's echt lustig. Komm schon. Komm schon, Mr. Denver. Laufen Sie, Mr. Denver. Wir sind wieder hier in der Höhle. Oh, yeah. Oh Gott. Oh, nee. Kein Bock. Okay. Das mit der Höhle mache ich noch. Aber sonst könnte ich mich gerne arbeiten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Here we go. Gleich den Tonabteil leiser drin. Oh Gott. Es kommt... 80%iger Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt ein Jumpscare kommt. Wenn man in den Abgrund blickt, starrt der Abgrund zurück in einen hinein. Wow, Mr. Denver. Was für weise Worte. Herr Nicht. Äh, bin ich da entlang? Okay, okay. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Okay. Ähm, ich brauche irgendwas zum rübergehen für den Dreck. Äh, irgendwie... Vielleicht will er den Cupcake. Das ist nicht richtig. Ah, wieso will niemand meinen Cupcake? Das gibt's doch nicht. Irgendjemand. Mein Cupcake. Wie komm ich hier raus? Wie komm ich hier raus? Will ich hier Hilfe? Ach so. Okay, äh... Nee, da wollen wir nicht zu fangen. Da sind wir gekommen her. Das ist eine Krone. Ja. Definitiv eine Krone. Eine Krone. Wie toll. Ähm... Da können wir nicht hin. Da können wir auch nicht hin. Gut. Gehen wir zurück. Hallo Jumpscare. Wo bist du? Hallo? Scheiße. Ähm, gehen wir hier entlang? Okay, davon da bin ich gekommen, glaube ich. Hallo, Lichtschein. Ich will da nicht hin. Ich hasse mich jetzt schon dafür, Leute. Oh, toll. Ja, das Gerät schlägt aus. Ist da jemand? Da? Hallo? Nicht allein. Nicht allein. Hallo? Somebody? Fehle auch die Geräusche hinten schon im Hintergrund. Du hörst die Frau reden irgendwie. Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Hallo? Ich habe nochmal 31 Minuten Batterie. Das wird knappblübens. Mädchen, zeig dich. Kannst du mich hören? Aha, aha. Aha, 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 aha. Zeig mir, dass du hier bist. Das wäre lieber. Aha. Aha, 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 aha. Cheep. Bist du an diesem Ort gefangen? Kann ich dir irgendwie helfen? Okay. Wie wäre es mit einem Foto? Smiling? Es ist wirklich eine Lady, oh Gott. Hi, Lady. Ich bin freundlich. Ich will nur von dir ein Foto machen. Ein bisschen was aufnehmen von dir. Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Nicht jetzt. Nicht jetzt, Mr. Denver. Das wird wahrscheinlich jetzt ausschlagen, bis zum Geht nicht mehr. Das Gerät. Hallo, Gerät. Super toll. Okay. Möchte das nicht vielleicht mein Cupcake? Hey, willst du mein Cupcake? Das ist nicht richtig. Ach, come on, Mr. Denver. Was, das gibt es doch nicht. Unheimliche Aufnahme aus der Gezeitskarte. Das kann ich ja noch nicht anhören. Ja, ich habe alle Dinger durch. Ich war ja immer noch irgendwie auf den Jumpscare. Hallo. Hallo. Hallo, Jumpscare. Irgendeine Art Seemonster? Für dich ist alles ein Seemonster, Mr. Denver. Alles, Mr. Denver. Seltsame Kreaturen. In das Grundgestein gemeißelt. Okay, das kann aber jetzt noch nicht. Kommt das jetzt jedes Mal, das Licht? Okay, das kommt irgendwie, kann ich jedes Mal heraufbeschwören. Okay. Ich werde dich in Frieden lassen. Yay. Wer lässt mich in Frieden? Wiedersehen, unheimliche Frau. Okay. Was haben wir hier noch Hübsches? Da ist die Lichtgestalt. Ja, gehen wir weiter tief in den Tunnel. Nein, davon her bin ich hergekommen. Äh, hier. Gott, wo bin ich? Hallo. Somebody here. Da bin ich hergekommen. Das ist eine Wand. Das ist auch eine Wand. Das ist eine hübsche Wand. Das hört es da aus. Da kann ich nicht drüber wegen dem Armhut. Okay. Okay. Zurück. Zurück, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hallo. Sollte da jetzt irgendwann mal die Lichtgestalt kommen? Äh. Hey, hey, hey. Da war ich noch nicht. Oder? Da ist die Truhe. Okay. Oh, da bin ich wieder zurück. Okay. Okidoki. Da muss doch noch irgendwas geben. Das gibt's doch nicht. Das heißt, es ist zu dunkel, um es mit eigenen Augen zu sehen. Eigentlich möchte ich nicht nochmal rein, aber hey. Lasst uns Spaß haben in der Dunkelheit. Mit Geistern. Yes. Okay. Bla, bla. Da waren wir schon mal. Bla, da waren wir auch schon mal. Das ist wieder die angebliche Seemuster-Kacke da von ihm. Da bin ich hergekommen. Okay. Geben wir jetzt mal links. Okay. Drehen wir uns. Okay, links ist die Lichtgestalt. Okay. Ach, guck mal, das ist immer dieses Scheiß-Laden. Das ist nicht. Ähm. Das ist die Lichtgestalt. Okay. Gehen wir hier lang. Gehen wir rechts. Okay, da kommt der Abgrund, wo ich nicht rein kann. Ah, okay. Das kann ich wieder zurückgehen. Ähm. Klippidor. Wand. Hello. Das ist da, wo er alles ein blödes Kommentar abgibt. Mr. Denver. Mr. Denver. Mr. Denver. Okay. Äh. Da ist wieder die Lichtgestalt. Da sollte ich jetzt rauskommen. Ja, da komme ich jetzt raus. Ne, da kommt die Lichtgestalt. Da komme ich raus. So wie hier drin neu, oder? Mmh. 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 Hallo, Wand. Goat. Gehen wir wieder raus. Oder kann ich da noch was machen? Da ist ein Anker. Symbolische Bilder oder antike Graffiti? Das ist immer deine Antwort, Mann. Immer deine Antwort. Ein seltsame Kreaturen. Ja, ein seltsame Kreaturen. Gemeißelt. Okay. Da geht's weiter. Da wollen wir nicht hin. Okay. Okay. Äh. Wo gehe ich jetzt? Gehe ich da überhaupt richtig? Ja, Gott, wo bin ich? Scheiße, ich habe mich verlaufen. Äh. 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 Ich habe mich wirklich verlaufen. Oh, ich bin bei der Lichtgestalt. Okay, das wollte ich nicht. Äh. Nö. 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 Puh, sehr gut. Okay, jetzt kommt der spaßige Teil. Na komm. Maus, danke. Jetzt hören wir uns nämlich die Aufnahme an. Unheimliche Aufnahme aus der Gezeitenkammer der Höhlen von Sexton. Eger. Es war Eger. Was? Das ist alles? Küchenschelle. Eger versprach mir die Küchenschelle. Bringen Sie mir die Küchenschelle. Küchenschelle? Was ist eine Küchenschelle? Eger. Okay, Eger war es. Ich habe es kapiert. Gut. Yay. Wir gehen, würde ich sagen, noch zu unserem Haus. Geht so das aus? Vielleicht auch nicht. Weißt du was? Wir werden den Partizip beenden. Ihr dürft euch jetzt noch mit mir den gruseligen, gruseligen Helm angucken beim Speichern. Steiger ich die Spannung. Boah, bin ich gemein. Wo ist der gruselige Helm? Da. Da ist er. Yay. Genug Geister für mich heute, Leute. Ich würde sagen, wir machen heute Schluss. Und nachher dann, irgendwann beim nächsten Part, werden wir dann diese Küchenzeile bringen. Die ist dann Lichtgestalt. Dann werden wir ja sehen, was draus wird. Also, wir sehen uns, meine Freunde. See ya.